Hallo zusammen, ich bin Zina Wiedrich, Fachfrau aus Wirtschaft im zweiten Lehrjahr und ich zeige euch heute meinen Beruf. Das Schöne an meiner Lehre ist die Abwechslung mit den verschiedenen Bereichen, Küche, Reinigung, Sörlis und Wäscherei. Als Fachfrau aus Wirtschaft muss man mit Menschen umgehen können, in unserem Fall mit älteren Leuten. Ausserdem muss man körperlich belastbar sein und flexibel sein. In Zina Wieda Bruggsdorf fällt mir besonders die Stimmung unter den Mitarbeitern, die ist nämlich super. Und wenn man mal Hilfe braucht, ist immer jemand da. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie Fachfrau aus Wirtschaft abläuft. Wenn euch das gefallen hat, dann bewerbt euch doch auf Fachfrau aus Wirtschaft bei Zina Wieda.